und wir sind wieder aussteller da wollte ich hin genau also das letzte mal haben wir haben wir mitgeholfen an anderen ständen und haben diesmal haben wir sogar unseren eigenen stand im retro bereich müssen noch ein bisschen überlegen wer was wir da so genau zeigen aber vielleicht wenn ihr ihr könnt ja mal schreiben was würdet ihr denn gerne von uns an unserem messestand sehen ja wir lassen uns natürlich auch selber was einfallen aber wenn ihr ideen habt dann ja bitte richtig also bitte gerne ihre siedlung wird angegriffen ach du scheiße wir haben aber auch in sich gewonnen verloren würde ich jetzt mal unterstellen der kampf verloren ja offensichtlich was haben wir da verloren alles denn es nicht viel aber guck mal die hütten ob die noch alle da sind was ich kümmere mich statt ich kümmere mich um die schadensbegrenzung war nicht wichtig das war nur unsere unsere eisen verhütung die haupteisen sind aber aber dies noch in der nähe aber dafür haben sie komplett den kompletten part unten abgeschnitten vom leben und ich habe irgendwo eine straße gebaut und sind sie nicht mehr da also mit dem kleinen monitor mit dem seien ausschnitt meint zu den games platz oder ist du dann nicht wieder da wirklich sich komplett durchgegraben wir haben immer noch immer immer noch personalproblem ja denn es weil ich unsere infrastruktur wieder aufbauen musste null arbeitslose ja guck mal guck mal die anzahl der schwerte betan hat links da 77 96 also es sind neue ritter ja noch mal gerade noch mal nach unserer kohle bitte ich mache das doch immer 159 da hat nur über 200 aber dafür ist das eisen hoch dann ja aber ich habe jetzt noch mal fünf verhütter gebaut und ich glaube drei steine klopfen hätte ich fast gesagt wie wir heißen soll drei und hier guck mal da ist gold ich habe auch ein gold verhütter noch gebaut aber der ist ja sagen wir mal du hast schon wieder mitgemacht ja wir müssen dringend nach holen ist deswegen du musst du dich mal darum kümmern kann kümmere ich mich jetzt mal um kohle ja schön dass du dann noch abgelenkt bist so ein bisschen ich würde auch kleine kohle abbauen ich wäre da nicht so anspruchsvoll wie du das bist so jetzt suchen reisen Das können wir auch mal hier verbinden. Wo haben wir denn noch die Berge? Da zum Beispiel. Du hast alle unsere Hämmer weggeputzelt. Ne, alle unsere Arbeitslosen. Da wird unser Brot bestanden. Also Nahrungsmittel haben wir jetzt genug. Guck mal, das Gold hatten wir aber eben noch 100 und bla. Ja. Also das wird jetzt halt in die neuen Hütten verlagert. Was ja gut ist. Achso, die neuen Wachhütten, ja. Genau. Wir haben halt hier zu wenig, das stört mich. Und hier, das stört mich, die Kohle. Das ist ein Problem, ja. Aber Gold, wenn du mal guckst, hier, da wird gefördert. Ja. Zwar nicht viel, aber immerhin. Ein Ritter hat ein neues Gebäude besetzt. Es muss nur dringend mal hier besetzt werden. Ja, diese kleine Hütte habe ich gemacht, damit wir da kein strukturelles Problem kriegen, weil nach oben geht es ja weiter. Ja. Aber da unten war die Angst, weil rechts ist der Gelbe, dass der uns einfach da alles wegnimmt. Und dann auch das Ding da brennt. Genau, das muss jetzt mal dringend besetzt werden. Und dann können wir von hier, da können wir, da ist Kohle. Unsere Kohle. Ja, den Gelben jetzt anzugreifen fände ich auch noch kein Problem. Und hier ist auch noch ein, noch zu besetzen, das Schloss. Also wie gesagt, den Gelben angreifen, tu mal lieber nicht. Nee. Erstmal den roten Blatt machen. Ja. Eisen. Ja, sollen wir? Was? Eisen. Ja, mach doch. Ich glaube, ich habe sogar tatsächlich ein Eisenbergwerk. Peter. Ja. Ich habe versehentlich Doppelklick gemacht, mit schnellem Bauklick und da, wo ich geklickt habe, war die Eisenmine drunter. Also war alles richtig. Okay. 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 Mimimim. Ein Ritter hat ein neues Gebäude besetzt. Sehr schön. Ha. Und sein Ritterhäuschen ist weg. Burned. Ein Geologe hat Kohle gefunden. Ja. Das ist ja gesagt, wir nehmen auch kleine Kohle. Ja. Guck mal, hier oben haben wir noch viel Kohle. Guck mal da. Das ist noch nicht bei uns. Stimmt. Das ist ja rosa, ne? Ja. 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 Ich bin schon irritiert, dass du keine Lust hast, mehr den Gegner hier die Kohle unterm Fingernagel abzugrasen. Ja. Eins nach dem anderen. Das sieht doch ganz gut aus. Da wird Kohle gefördert. 160. Also Holz haben wir auf jeden Fall genug. Ist das der Warenbestand oder die Produktion? Die Produktion. Stahl geht eigentlich auch runter. Na, die Kohle geht runter, das ist das Problem. Das schränkt uns massiv ein, Dennis. Oh, guck mal. Goldproduktion. Ja. Nimm ihn irgendwie. Dennis? Ja. Kohle und Gold wird stark dringend benötigt. Ich arbeite dran. Sollen wir die Baustellen hier mal. Kohle. Bisschen. Ja. Ja. Ja, da kann ich nichts bauen. Einen. M-m-m. 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 Erinnerst du dich an diese Werbung? Nein. Granit. Granitbergwerk schon. Land verloren. Okay, noch ein Stück Wüste. Granit. Kohle. Schon wieder neues feindliches Gebäude. Noch steht der Steineklopfer. Bald haben wir hier... Zumindest haben wir schon ordentlich dezimiert. Es gab mal eine Werbung. Ich komme jetzt zu nichts mehr. Sie haben einen Sieg errungen. Sehr schön. Das ist weil du dauernd irgendwie mit Blut und Schwert in den Sieg ziehst. Mit Blut und Schwert. Mit großen Schritten dem Tod entgegen. Du hast den oberen Teil vom Roten weg geklappt. Ich habe eine Verbindung gemacht zwischen unserem unteren und oberen Blau. Kohlekohle. Da mal Kohlebergwerk. Ja, sinnvoll. Soll du es gepiekt? Ja. Ach, es ist herrlich. Kohle. Ja, sehr gut. Nein. Mach ich da hin. Ja. Zieh durch, Dennis. So. Genau. Wir sind jetzt hier einmal komplett über der Karte. Und ich muss nur noch den hier. Hm. Und dann... Hm. War es das. Ja. Nee, dann fast. Aber dann fällt noch zumindest mal ein großes Stück hier. Also, es gab eine Werbung. Das war irgendwie... Wie wir so... Chips Letten oder irgend sowas. Wo... Jemand sitzt vor dem Fernseher. Und was macht man vor dem Fernseher? Kartoffelchips essen. Und ähm... Ich guck gleich. Und äh... Will diesen... Führt den Chips zum Mund. Und dann sagt im Fernsehen einer... Schaltet um. Wir Chips essen wieder im Fernsehen. Und das war dann, dass man eben nicht die Chips essen soll, sondern andere Chips. Ach so. Deswegen... Oh, Eisen. Aber da habe ich schon hier eine Eisenmine. Oh, das läuft ja. Sag mal zurück. Wir wollen das sehen, wo du kämpfst. Mit diesem Pfeil kann man übrigens dahin zurück, wo man eben gewesen war. Oh, wow, wow. Oh, wow, wow. Oh, wow, wow. Als ihr eben gesagt habt, mit den dreien würde ich nicht anklären, hast du viel gemacht. Ah, ah. kann sein dass es ein bisschen riskant war ein bisschen riskant ist gut wir haben kaum noch land verloren burg gebaut die sau dennis wir machen hier familienfernsehen dieser unhöfliche gesell gesell ist schön vater landsloses gesindel ja genau apropos gesindel was ist der unterschied zwischen gesindel und gesindel mysteriös also ich weiß nur ein erst mal das eine hat noch ein elf der bursche kennt mich einfach viel zu gut das ist unglaublich ja wisst ihr den unterschied ich glaube gesinne war das nicht die bedienten und gesindel war ist sehr tierliche räuber band irgendwas also ich bin mir nicht also ich würde sagen es war vielleicht dasselbe wort stamm mit gesinnt gerade mal gesinnte heißt aber nur leute leute niederen stand ist meine gesindel sagst dann sind es auch noch die niedersten der niederen also ihr könnt gerne da wenn ihr es besser wenn jetzt wenn ihr mehr wisst wir haben ja sieg erhoben damit ist immer wieder den selben fehler das ist eigentlich da ich hier irgendwo gewesen sein so ich finde ich jetzt straßen nämlich alle wenn ich sage ich ritterhäuschen anzeigen und dann die straßen und dann müsste es ja irgendwo eins geben wo keine straße hinführt jetzt müsste das sein wo wir gerade gewonnen haben ja ich sehe gerade keins siehst du keins das siehst du es auf alle jetzt nicht aber sonst hast du keins gefunden was das jetzt keins gefunden nein ich habe vorher schon die hütte bevor du da angefangen hast ich habe es ähnlich gemacht ich habe einfach gesagt okay wo an der grenze wird der denn jetzt schon zugeschlagen haben und ich habe einfach mal geraten beim roten und da der knubbel sich da nicht verändert hat und du gesagt hast du greifst jetzt nicht das am haupten muss das eigentlich weder da oben sein oder da unten aber da ist auf jeden fall da kommt jetzt auch wieder gold ins spiel die situation ist einfach unbefriedigend also das ist jetzt die denkbar schlechteste ich würde das lager ausräumen ja was denn da drin klickt auch noch so lang eisen brauchen wir nicht das war es das ist jetzt aber hoch ärgerlich ja